malzeit freunde hallo youtube und herzlich willkommen zu einem neuen tauchvideo mit ollie in knapp drei wochen geht schon wieder los nach ägypten und ich bin etwas unter zeitdruck ich habe nämlich noch vier videos also eins davon seht ihr jetzt und dann kommen noch drei weitere und dann geht auch schon los in den nächsten taugurlaub ich hoffe ich kriege alles zeitnah fertig und kann euch die auch jeden samstag wieder hochladen aber die zeit ist halt etwas knapp nach dem urlaub gibt es dann auch noch ein kleines fail dive video ja wir hatten auch einen tauggang der nicht so prall war aber den würde ich euch auch nicht vorenthalten dann gibt es noch ein kairo spezial in kairo wird natürlich nicht getaucht da gibt es ein bisschen kultur aufs auge also ein bisschen land leute pyramiden zwingen museum das ganze getöse was man in und um kairo gesehen haben sollte jetzt tauchen wir aber erst mal wieder ab wir sind hier am lagoon riff in der straße von tiran also tiran island genießt das video viel spaß ihr und haben Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020